lasergewehr net schlecht das hier scharfschützengewehr ist jetzt auch ein lasergewehr okay cool ja ich weiß ja wohl was ich machen muss ich muss ja jetzt hier runter ich werde die waffen haben weil die ist so cool so einmal eine bombe haben wir schon mal hätten das auf jeden fall einer aber ich denke mal es wird eher schlau sein hier runter zu gehen und dann hier entlang scheiter beide auf einmal so mal gucken scheiße was ist so 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 da ist der eine Der kann nur schon mal nimmer gefällig werden. Der kann nur noch weitergehen. hier ist dann auch nicht an der richtigen stelle da ist der nächste perfekt durch aufgeladen na das ist doch mal eine tatsache und 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 danke rot rot ist auch rot aber hier hinein mit uns jawohl der krieg ist vorbei das regime hat sich zum sieger ernannt die leute feiern den frieden ich weine für mich findet dieser krieg kein ende arme mädchen ah pumpen kann man nur geboren da ist niemand da kann ich wahrscheinlich der klasse hat ja 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 Oh nein! Oh nein! Hilfe! Hilfe! So. Ich schätze mal, diese Leute haben keine Fragen mehr. Ich habe es ja alle beantwortet. Schätze ich einfach mal so. Hört sich zumindest so an. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Dieses Mal wieder ein. Das sind zwei dieser Typen. Das ist echt heftig, was die da macht. Kann ich das bis dahinten schaffen? Ja. Zum Glück habe ich... Der Fall! Oh! Wir sind schon im Spiel. Hm. Was war's? Hm. Ich bin echt gespannt. Jetzt nehmen wir uns direkt mal mehr zu. Wie hast du das denn gemacht? Äh. Druck aufs Touchpad. Ja. Und da steht Transportmittel. Ich muss mich hier... Ach da. Transportmittel rufen. Muss gedrückt halten. Ja. Das war's. Es war Kanzler. Ja.